Musik Ja, hallo nochmals, meine lieben Zuschauer, Watcher und Zuhörer. Hier ist wieder euer WNN-Om. Mit den neuesten Nachrichten wieder rund um die Haustür und die Straße runter. Ja, wir bleiben immer noch in dem Thema die Flüchtlinge. Tja, schön ist, ich hatte wohl doch recht. Die Zwangsenteignung ist noch nicht vom Tisch. In Hamburg wurden schon ein paar Fabrikgeländen zwangsenteignet. Tja, wer es nicht glaubt, soll es bitte nachlesen oder nachhören. Tja, soweit sind wir jetzt schon, dass die Zwangsenteignung doch vorangeht. Tja, ist es nicht schön? Nein, ist es nicht. Außerdem möchte ich auch nochmal was Schönes sagen, ohne jetzt wieder irgendwas Falsches zu sagen. Ich habe vorhin wieder das Fernsehen angeschaltet und habe wieder die ganzen Nachrichten angehört. Und ich dachte mir einfach nur, Mensch, dachte ich, so arm könnte ja gar nicht sein. Wenn im Fernsehen gesagt wird, dass zum Beispiel jeder Flüchtling im Schnitt alleine 1000 bis 3000 Euro zahlt an einen Schlepper, könnte ja gar nicht so sein. Ich meine ganz ehrlich, die einzigen, wo ich sage, dass die arm sind, sind die, die in Syrien hinten über den Lagern, sorry für den Ausdruck, wohl verrecken. Das sind die armen Säuer. Ganz ehrlich. Ja. Aber was soll man jetzt noch machen? Die beide, wenn jetzt schon, äh, Herrn, äh, nicht Hannover, Hamburg, da, äh, Fabriken, äh, Zwangsenteignet wurden, wunderbar. Den kann es ja nicht mehr lange dauern, bis deutschlandweit die Zwangsenteignung kommt. Und, ja, und noch ein schlimmeres Ding ist, der Winter steht vor der Tür, nech? Ich meine, wir haben jetzt schon einen Herbstanfang. Denkt ihr mal ganz ehrlich, äh, dass wir innerhalb von drei Monaten auf einmal Häuserpuff aus dem Boden wachsen? Das glaube ich nicht. Ich meine mal ganz ehrlich, äh, das wird so weit kommen, dass sie wahrscheinlich die, äh, Flüchtlinge, die reinkommen, wohl irgendwo einen Platz brauchen. Die kannst du wohl nicht, wenn der Winter hart wird, draußen in Zelten übernachten lassen. Das wird wohl nicht gehen, ne? Ja, und, äh, nochmals eine kleine Korrektur, ähm, von letztes Mal, ähm, zu meiner Ladenkette. Es ist ein Laden in meiner Nähe gewesen, beziehungsweise eine Ladenkette in meiner Nähe. Ne? Nicht, dass, äh, hier rumgemurmelt wird. Auch was anderes, ich habe bei einem Video kommentiert, das war von Joko und Klaas. Ich glaube, wir kennen sie alle, ne? Ich meine, sie wurden schon betitelt und haben ordentlich was abbekommen und meine Meinung dazu habe ich auch gesagt. Ähm, ich habe einen Kommentar erhalten vor einiger Zeit. Äh, ich habe nicht darauf geantwortet, beziehungsweise ich habe, äh, das eher, naja, es war, es war nicht passend. Sag mal so. Ähm, die, das Kommentar ging oder war sowas wie, ja, warum können nicht auch deutsche Farbige sein? Ja, da habe ich mir einfach nur eins gedacht, da würde ich gerne die Gegenfrage stellen. Hast du schon mal einen weißen Türken gesehen? Ich glaube, das hat sich denn dadurch beantwortet, ne? Nun gut. Des Weiteren, ja, was soll man jetzt noch sorgen? Ich bin gespannt, wie weit es jetzt noch mit Deutschland und der Demokratie geht. Es sollen jetzt noch mehr Flüchtlinge kommen. Aber mal ganz ehrlich, sind es jetzt Flüchtlinge oder sind das Einwanderer? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Mal ganz ehrlich, ich meine, manche sagen, sie wollen hier sogar bleiben. Und ich meine, ganz ehrlich, wie sind die eigentlich drauf? Versteht mich nicht falsch. Aber wenn ich als Vater meinen Sohn alleine losstücke mit 3000 Euro, also, ne, umgerechnet, in der Tasche und sage, ja, du kommst schon heile an. Ey, der Junge ist 14 oder noch jünger oder sonst irgendwas. Ich meine, ist das nicht ein bisschen rücksichtslos? Also mal ganz ehrlich, da kann man jetzt nicht sagen, ja, aber tolerieren und bla, ganz ehrlich. Was denken die sich dabei? Ich meine, schon alleine, wenn ich das höre, dass die zum Beispiel da ihre eigenen Boote zum Beispiel aufschneiden und die Seenot selber verursachen oder verursachen sollen, ne, oder in ihrem eigenen Land oder auf dem Schleppern gesagt wird, ja, geht alle nach Deutschland. Ähm, ganz ehrlich, ich habe nichts, wie gesagt, ich habe nichts gegen Flüchtlinge, ich habe nichts gegen Ausländer, aber ich finde das schon ein bisschen dreist, ne. Also, ich habe schon unter dem Video von Joko und Klaas gesagt, uns Deutschen hatten wir ja leider Gottes Willen das Rückgrat gebrochen. Ähm, denn wenn wir leider Gottes Willen uns zu weit aus dem Fenster lehnen, glaube ich, heißt es wieder das böse Deutschland und das Dritte Reich und alles Nazis und bla bla bla. Wie gesagt, man soll ja den Patriotismus von Rassismus unterscheiden, aber irgendwo, denke ich mal, denken sich diese Leute ein bisschen zu viel auf Deutschland. Und schon alleine kam mir das auch so vor, dass die ganze EU fast schon gegen uns ist, wenn schon alleine keiner mal, ne, irgendwas aufnimmt. Also ein Flüchtling, meine ich jetzt. Ich meine, ganz ehrlich, England selbst kann sich nicht rühmen, nehmen angeblich, ähm, 20.000 auf oder so war das. Ja, 15.000 jetzt und 5.000 in den nächsten drei Jahren. Und bei uns kamen 20.000 in einer Woche oder mehr an. Dazu muss ich jetzt nicht mehr viel sagen. Ich meine, persönlich gesehen finde ich mich als kleiner Bürger ein bisschen beschissen von der Demokratie und von der Politik momentan. Also mal ganz ehrlich, manche Leute sollten doch schon mal ein bisschen nachdenken, wenn sie ins Fernsehen gehen und solche Sachen sagen wie Zwangsenteignung, liebe Flüchtlinge, die ja alle so arm sind, ne, und Joko und Klaas zum Beispiel, die sich hinsetzen und denken, die haben eine Meinung und, äh, ne, wie sagen denn alles anderes Nazis oder so, ne. Also mal ganz ehrlich, wie gesagt, ihr könnt gerne das Video hochvoten, ihr könnt es downvoten, es ist mir ehrlich gesagt schnubbelubbel, ähm, es ist meine Meinung. Ich werde mich vielleicht doch mal dazu äußern, ich weiß es nicht, ich habe auch dieses Video eigentlich nicht so geplant, aber, wie gesagt, wir werden sehen, wie die Zukunft sich hier in Deutschland ergibt. Nun gut, das wär's erstmal, euer WDN.